Videotev Süß dich nach blutigen Videobahn Endlich mal wieder Ich hatte in den letzten Tagen einfach viel um die Ohren Und nicht so viel Lust Musik zu hören Das gibt so Phasen, da habe ich das mal Seht es mir nach Ist ja jetzt aber wieder gut Ich höre jetzt wieder mehr Mucke Und mache wieder das eine oder andere Review Der eine oder andere hatte sich gewünscht Dass ich die neue MSG mache Das wird das nächste sein, um was ich mich kümmere Erstmal hatte ich jetzt aber Lust auf das Ding hier Weil ich einfach neugierig war Wie es dann jetzt im Gesamten ist Ich habe davon vorab einen Song gehört Den ich euch auch unten natürlich als Video verlinke Und fand das ganz interessant Weil ich da noch nie von gehört habe Ich entdecke ja gerne ein neues Es geht jetzt hier um Kiko Shreds Rebellion Ja, das ist das Ganze hier So sieht es aus Ich komme jetzt aber da nochmal zum Einzelnen natürlich Und erstmal werde ich euch ein bisschen versuchen Ein bisschen Hintergrundinfo dazu zu liefern Kiko Shred ist auch Solo unterwegs Und hat da schon seit 2015 drei Alben veröffentlicht So immer, ja, also das erste hieß Riding the Storm Was kam halt 2015 Dann gab es The Stride 2018 Und Royal Art 2019 Und auf diesen Alben hat er sich eigentlich auch immer so Den einen oder anderen Gastsänger dazugeholt Er hat wohl auch schon mit Tim Ripper Owens zum Beispiel zusammengearbeitet Allerdings nicht Nicht auf diesem Werk Das hier ist jetzt was Neues Das ist jetzt auch nicht mehr nur Kiko Shred Sondern Kiko Shreds Rebellion Ihr werdet hierzu Nichts auf Metal Archives bisher finden Hat noch keiner da gelistet Ja Man findet dort halt eben noch keine Infos Aber Kiko Shred selbst Das Soloprojekt Mit übrigens dem gleichen Logo Nur ohne Rebellion Findet ihr dort Also ich muss mir das wahrscheinlich vorstellen wie Es gibt ja die Band Rhapsody Die sich dann irgendwann umbenannt in Rhapsody of Fire Der Gitarrist von Rhapsody ist Luca Turilli Luca Turilli hat Solo Alben gemacht unter seinem Namen Luca Turilli Und dann gab es ein paar Jahre später Luca Turillis Rhapsody Und das hier ist dann jetzt Kiko Shreds Rebellion Ja das Name Dropping Gedöns Keine Ahnung So in der Art stelle ich mir das jetzt gerade mal so vor Kommen wir ein bisschen zum Hintergrund Das Ganze ist eine Band aus Brasilien Und setzt sich aus folgenden Members zusammen Wir haben am Mikrofon den guten Ed Galdin Zudem habe ich jetzt nicht so viel gefunden Bei welchen Bands der vorher war Aber ich glaube der singt auf YouTube Wenn ich da jetzt nicht ganz falsch geschaut habe Dann haben wir hier natürlich eine Gitarre Und auch am Mikro Am Keyboard Den Kiko Shred Der war auch bei Bands aktiv Zum Beispiel bei der recht unbekannten Power Metal Band Megahera Die haben zwei Alben am Start Die mir nicht bekannt sind Die mir komplett unbekannt sind Bisher Sieht aber interessant aus Vor allem vom Band Logo her Müssen wir vielleicht mal reinhören Und er war bei Savage Grace Savage Grace ist eine von diesen 80er Jahre Legenden Die zwei Alben in den 80ern rausgehauen haben Und dann in der Versenkung verschwunden sind Wer weiß ob da nicht auch mal wieder Irgendwie eine Reunion stattfinden wird Denn das passiert ja derzeit bei einigen Bands Da wird auch in Zukunft auf meinem Kanal wieder was folgen Ich habe da schon eine Band vorbestellt Die kommt Ende nächsten Monats raus Holler die Waldfee war das eine geile Scheibe Ich habe die schon schriftlich reviewt fürs Radio Und die musste gleich in die Sammlung Die habe ich dann gleich vorbestellt Aber das kommt dann wenn es kommt Die Band heißt Kann ich ja schon mal spoilern Die Band heißt Hunter Aber das hat ja nichts mit Kiko Schwer zu tun Dann haben wir hier am Bass Will Koster Der ist von den Bands Hire und The Goth Hire ist eine Groove Heavy Metal Band Die mir nicht bekannt ist Die haben auch nur ein Album Und The Goths haben auch nur ein Album Es ist Heavy Metal Obwohl sie heißen ja The Goths Da müssen wir ja eigentlich von Gothic Metal ausgehen Aber die machen Heavy Metal Ich kenne die Band aber auch nicht Und am Schlagzeug haben wir hier Lucas Tagliari Entschuldigung Der war ebenfalls bei Megahera Wo ja auch Kiko Schwer aktiv war Und er war bei der Power Metal Band Silent Heaven Die es aber auch nur auf ein Studioalbum gebracht hat Ja so Gut Das ist hier das Lineup von diesem Album Dann würde ich sagen Kommen wir ein bisschen kurz zur Optik Ja das hier ist Ich hoffe er zieht jetzt hier Lässt hier alles halbwegs scharf Das ist das Cover Motiv Zeigt halt ein Samurai Vor einem lila Himmel Und im Hintergrund so ein paar andere Samurais am Kämpfen Ja ist vom Motiv her okay Aber irgendwie Habe ich da schon stimmungsvollere Motive in der Art gesehen Ja Aber was Samurais auf Covern angeht Ja Habt ihr schon das neue Maiden Cover gesehen? Was haben sie sich dabei dann gedacht? Das soll Eddie sein? Ja wenn sie das schon wieder so verkacken im Cover Ja und dann kein Hintergrund Keine Details Einfach nur im Vordergrund Samurai Eddie Mit Vampir Riesen Monster Hier Hier Ork Szene oder was soll das da sein? Und das war's Da hat ein Fan Auf Facebook Da hat das Bild gepimpt Und da dann mal so ein bisschen Rote Sonne im Hintergrund So ein bisschen Wolken im Hintergrund Und so ein Tempel im Hintergrund gemacht Und schon wirkt es zehnmal besser Das ganze Cover Motiv Aber die Mühe macht man sich heute nicht mehr Als große Superstarband Die überteuerte Preise für ihre Tickets nimmt Ne Also ich freue mich nicht auf die neue Maiden Kann ich euch nicht anders sagen Das neue Video Der neue Song Okay Schön und gut Ja Aber wenn ich dann schon sehe Dass die letzten drei Songs Auf der neuen Maiden Jeweils über zehn Minuten gehen Dann wird es wieder nur Verkopftes Gedudel Und da bin ich raus Wo sind die eingängigen Guten alten Maiden geblieben? Die vermisse ich Da blutet mir das Herz Ich weiß noch nicht Ob ich mir die neue hole Ich kann es auch nicht versprechen Ganz ehrlich Denn dann bleibe ich lieber Bei kleineren Unbekannteren Nummern So also Hinten drauf haben wir ein Bandfoto Und oben die Titel Ja Bisschen schwer zu lesen Für mich mit meinen schlechten Augen Muss ich sagen Aber gut Innen drin haben wir hier So ein bisschen Danksagungen Und hier das Labelprint Das einfach den Samurai Ein bisschen näher zeigt Und darunter haben wir eigentlich Im Grunde fast gar nichts Außer die Kulisse da Mit den Samurais In der Schlacht In Getümmel So Das Booklet selbst Ist recht schlicht geraten Hier haben wir so ein bisschen Hintergrundinfos Und dann immer Hier haben wir das erste Bandmember Foto Und dann haben wir hier Die Lyrics Relativ klein gedruckt Muss ich sagen Ja Hätte ich mir ein bisschen Größer gewünscht Ich musste wirklich mit Lupe bei Konnte ich nicht anders sagen Und immer wieder mal Wie hier zu sehen Immer wieder mal Einer von den Bandmembers Und das ist dann eigentlich Auch schon alles Was sich hier Im Booklet befindet Recht schlicht Aber okay Gut Ich hätte mir halt Die Lyrics ein bisschen Deutlicher und größer gedruckt Gewünscht Denn Moment Ich kann es ja nochmal zeigen Man sieht ja Da ist ja Platz genug So ist ja nicht Da kann mir keiner erzählen Dass man das nicht hätte Größer drucken können Ihr seht ja hier unten Wie viel Raum hier noch Schwarz ist Zum Beispiel Ja Aber naja gut Ich weiß auch immer nicht Wer das entscheidet Ob das die Band Selbst entscheidet Ob das irgendein Manager Entscheidet Ob das das Label entscheidet Ich habe keine Ahnung Aber gut So Ja und dann kommen wir Jetzt auch schon Zum Kern des Ganzen Und zwar zu den Songs Im Einzelnen Das Ganze beginnt Erstmal mit einem Intro Und das ist auch Mein Problem Mein Hauptproblem Mit diesem Album Es hat 10 Titel Das Album Wovon eigentlich Nur 3 Äh nicht nur 3 Wovon eigentlich nur 7 Wirkliche Songs sind Und 3 Ja Instrumental Schrägstrich Intro Zumindest sind 2 von diesen Intrometals Auch tatsächlich Instrumentals Und nicht nur einfach Irgendwie Intros Das einzige Intro In diesem Sinne Ist halt das Intro Es geht keine Minute Und ist nur ein bisschen Ja Akustisch klingendes Gitarrengezupfe Und das war es dann Ja Dann kommt der erste Song Das ist dann der Song Mirror Den habe ich auch vorab gehört Dazu gibt es auch ein Musikvideo Das werde ich euch unten verlinken Und es geht direkt rein Ist treibend schnell umgesetzt Hat ein verspielteres Power Metal Riff Würde ich sagen Und auch der Sänger Hat auch wirklich eine klare Stimme Ist nichts Besonderes Muss ich an der Stelle sagen Es ist jetzt nichts Was ich jetzt sagen würde Es hebt sich hervor Vor der breiten Masse Und das ist mein nächstes Problem Mit dem Album Es trifft nämlich auf Nahezu alle Songs zu Ähm Wir haben einen Strophenhaften Refrain Der ist auch ganz okay Blieb aber jetzt auch Nicht wirklich im Ohr Auch das ist ein Problem Das sich wie ein roter Faden Und durch das ganze Album zieht Und wir haben dann Ein Ingrid Malmsteen Style Solo Denn Der gute Kiko Shred Hat ja schon im Namen Das Wort Shred Ist also einer von diesen Gitarrengöttern Ja Nun muss ich allerdings Lobend dazu sagen Dass wir hier wirklich Die Songs In denen auch Lyrics drin sind Also in denen auch gesungen wird Als solche zu erkennen sind Es gibt viele Gitarrengott Alben von verschiedenen Bands Die sich so in den Malmsteen Bereich anlehnen Ja Da sind die Die Songs Eigentlich nur Mittel zum Zweck Um dann den Gitarristen In den Vordergrund zu rücken Und ihnen dann da Seine Gitarrengottheit Nach vorne ausleben zu können Und das sind dann Meistens Alben Wo ich dann wirklich Komplett raus bin Aber hier haben wir schon Klassische Heavy Schrägstrich Power Metal Songstrukturen Am Start Leider Sind diese allerdings Nie Speziell Genug Oder haben nie Genug Charakter Um herauszustechen In der breiten Masse an Melodischen Metal Veröffentlichungen Dennoch Bewegt sich die Band Hier auf einem Sehr technisch Gutem Niveau Also die Die Jungs wissen Was sie da tun Ja Es ist alles gut gespielt Und auch nett produziert Also es gibt Schlechtere Outputs Da draußen Bin ich mir ganz sicher Ja So dann kommt das nächste Stück Das ist Rainbow After the Storm Beginnt ein bisschen Klassischer Ein bisschen mehr In die klassische Richtung Heavy Metal Treibend Rockig umgesetzt Melodische Strophen Und dann kommt der Strophenhafte Refrain Ohne Titelnennung Und dadurch blieb es auch Nicht im Ohr hängen Und auch hier wieder So ein typisch Melmsteenartiges Neoklassisch Umgesetztes Gitarrensolo Ja Manchmal habe ich da Bock drauf Da höre ich das auch ganz gerne mal Und deswegen Habe ich mir die jetzt auch hier Deswegen habe ich die jetzt Hier auch im Start Und mache da was zu Weil normalerweise Melmsteen selbst Ich habe ein paar ältere Alben Von ihm Aber irgendwann bin ich da auch Ausgestiegen Ja Äh Weiß ich nicht Ich finde es ein bisschen schade Ich Tatsächlich bin ich einer Der Eines seiner Eher unbeliebteren Alben Am besten findet Das ist die Fire and Ice Wo er mehr auf Classic Rock macht Und tatsächlich eingängigere Songs Wie Teaser Oder so Dabei hat Ja Bei den ganz alten Nummern Kann ich euch Also erinnere ich mich eigentlich Finde ich nur an zwei Songs Don't Let It End Und I Am A Viking Ja So als Klassiker Und den Rest Könnte ich euch jetzt schon gar nicht Gar nicht nachempfinden Ne Ich habe die Die Marching Out Und die Ich glaube die Trilogie Habe ich noch Da kann ich euch überhaupt keinen Song Mehr draus nennen jetzt Aber gut egal So Ähm Dann kommt Ähm Der Ja Weiß ich nicht Titel Titeltrack Rebellion Beginnt mit einem Hymnischeren Intro Geht dann mit einem Verspielten Riff rein In den Mid-Tempo Bereich Ähm In den Strophen ist es schön stampfend Es hat sogar so ein ganz kleines bisschen Was von Dio würde ich sagen Von so einem Dio-Stampfer Ja Nur eben dass halt der Sänger Nicht so eine Kernige Stimme hat leider Ähm Und wir haben hier auch Einen strofenhaften Refrain Der allerdings Nicht sehr eingängig ist Obwohl See Rebellion auch Das Wort fällt Aber es ist keine Hook Wirklich da Die dich jetzt mitnimmt Oder wo du dann An der Stelle mitsingst Oder so Das ist nicht so ganz da Finde ich Und es ja Es gibt einen Instrumentalpart Mitten im Gitarrensino natürlich Und ein verspieltes Outro Mit dem der Song dann Ausklingt Stück Nummer 5 Hat einen Gaststar am Start Und zwar Fallen Across My Heart Heißt der Song Da haben wir Gastsänger Doogie White Doogie White Ist der Sänger von Cornerstone Daher ist er mir persönlich bekannt Er hat auch gesungen Beim Michael Schenker Fest Und beim Michael Schenker Temple of Rock Die mir nicht bekannt sind Ja Weil ich hab da reingehört Das sind halt diese Typischen Als die neu rauskamen Die Alben jeweils Die kommen ja in Musikvideos Noch und nöcher Auf YouTube Und das sind eben Diese typischen Ja ich weiß nicht Diese Allstar Bands Diese überproduzierten Allstar Geschichten Kann ich meistens Nicht viel mit anfangen Ist alles toll Und super produziert Und super geschrieben Und arrangiert Und umgesetzt Aber mir fehlt die Seele Mir fehlt das Individuelle Einfach Ich weiß nicht was es ist Keine Ahnung Da gibt es diverse Bands Zum Beispiel auch The Unity Ich werd da nicht mit warm Das ist auch so ein Allstar Projekt Ding Und und Ach da gibt es so viele Ja Aber gut Und da hat er halt auch gesungen Und Es kommt jetzt eine neue Alcatraz Alcatraz ist eine von diesen 80er 90er Heavy Metal Bands Die immer an mir Vorbeigegangen ist Obwohl ich Diverse Male In diversen Läden Damals als ich wirklich noch Rausgegangen bin Um CDs zu kaufen Was ich ja auch Heute noch mach Dann und wann Wenn ich mal die Gelegenheit Dazu bekomme Da standen immer CDs Von Alcatraz Ich hab sie immer stehen lassen Weil ich immer nicht wusste Ist das gut Ist das nicht gut Ich kenn die Band ja nicht Und Verdachtkauf Damals hab ich das nicht so gerne getan Damals hab ich mich Nach Samplern orientiert Ich hab mir irgendwelche Warriors Artist Sampler geholt Hard and Heavy Oder irgendwelche Metal Hammer Oder Rock Hard Sampler Und da waren dann Bands drauf Die ich noch nicht kannte Da hast du aber nur einen Song Wenn du den scheiße findest Das tut's nicht so weh Ja Und die Band sind mir da gefielen Da hab ich mir dann mal Eine CD von geholt Und Alcatraz war mir Überhaupt nicht bekannt Und die kommen jetzt Mit einem neuen Album Und da singt eben auch jetzt Doogie White Ist der neue Sänger Von Alcatraz Und den neuen Song Den es gibt Den könnt ihr euch auch Auf YouTube anhören Und ich hab mal In die Kommentare runtergescrollt Der Song ist eigentlich Ganz solide finde ich Und in den Kommentaren Beschweren sich eben alle Über die Stimme von Doogie White Weil er einfach nicht Der Alcatraz Sänger ist Und das kann ich gut nachvollziehen Ja Ich schweifle es völlig ab Es gibt noch eine Band Die ich sehr liebe Mit der bin ich groß geworden Die heißt Victory Es kommt ein neues Victory Album Und die haben auch Einen neuen Sänger Und da bin ich genauso Der Meinung Der Song ist solide Mehr nicht Weil der neue Sänger Einfach nicht die Stimmung Katapultiert Die ein Charlie Hoon Oder gar ein Fernando Garcia Transportieren konnte Deswegen hole ich mir auch Die letzten drei Alben Von Quiet Riot nicht Quiet Riot ist Kevin Dubrov Ja Rest in Peace Und seit der weg ist Gibt es kein Quiet Riot mehr Auch songwriterisch Ist da nichts mehr Für mich zu holen Die ganzen Songs Ich hab mir die komplett angehört Auf YouTube die Alben Da hat sich bei mir Überhaupt nichts gerührt Eine meiner Lieblingsbands Ist das Quiet Riot Das ist so ein Beispiel Wisst ihr wie ich mein So und Doogie Wilde Singt jetzt bei Alcatraz Und die Fans finden es Offenbar nicht toll Kann ich nichts zu sagen Weil ich kein Fan der Band bin Ich hab damals nie Was von denen gehört So also Und der ist jetzt hier Auf Thorn Across My Heart Der Gastsänger Das war mal Das war mal ein Ausschweifen So Thorn Across My Heart Beginnt mit einem Heavy Schweren Riff So ein bisschen Fast symphonische Keyboards kommen dann dazu Bewegt sich im Midtempo So stampfend umgesetzte Strophen auch wieder Auch hier Gute Vocals Also die Stimme von Doogie Wilde per se Ist gut Klang aber An einigen Stellen Leicht out of tune Und das ist auch So ein Problem Was ich habe Es könnte Ich weiß es in dem Fall Hier nicht Wie das gelaufen ist Aber es gibt Bands Die nehmen einen Song auf Instrumental Der aber normalerweise Lyrics Also einen Text hat Und schicken den dann Einen Sänger Der dann in seinem Studio Drauf singt Und da kann es schon mal passieren Dass es dann irgendwie out of tune Klingt Deswegen finde ich es immer besser Wenn eine ganze Band Im Studio anwesend ist Und die Songs Live Einspielt Immer wieder Und immer wieder Und sich diese Mühe macht Ja Es klingt dann meistens Besser und abgestimmter Und eingespielter Als dieses Jeder steht in irgendeinem Anderen Land Und spielt ein Instrument Wenn man so will Ja Manchmal ist es Vor allem auch In aktuellen Zeiten Nicht anders möglich Leider Aber naja So Gut Aber das ist mir halt aufgefallen Dass er hier und da So ein bisschen out of tune klang Obwohl er hat eine gute Stimme Also er trifft schon die Töne Aber von der Produktion her Klang es manchmal ein bisschen dünn Und ein bisschen komisch Ja So wir haben auch hier Einen strophenhaften Refrain Ohne Titelnennung Obwohl die Worte Thorn und Heart Die feilen schon Aber irgendwas mit Thorn in Side of my heart Oder irgendwie sowas Singen die da Ja Das ist nicht Thorn across my heart Und dann haben wir noch Ein Solo am Start Und ja Da tut mir leid Da macht der gute Kiko Wirklich zu sehr einen Auf Gitarren Gott meiner Ansicht nach Das war richtiges Gedudel Dieses Solo Kann ich nicht anders sagen Kann ich einfach nicht anders sagen Das war mir wieder zu abgehoben Ja Also da hab ich echt gedacht What the fuck Das passt ja jetzt überhaupt gar nicht Jetzt irgendwie an der Stelle Aber ja gut Ich bin da Bitterböse ehrlich Ich kritisiere auch Alles was mir nicht Gefällt dann Ja Ist dann halt leider so So Stück Nummer 6 Ist Mors non separabit Gesundheit Ich hab keine Ahnung was das heißt Das ist ein Instrumental Und ja Beginnt mit einem Verspielten Solo Gitarren Solo Gitarren Solo Das zu einer Ballade passen würde Einfach nur alleine dieses Solo Und ich glaub ein bisschen Keyboard Teppich dazu So dann geht's rein Mit Tempo Vom Rhythmus her Mit Drums und Bass Und dann eben auch Entsprechende Riffs Ganz gut eigentlich Und dazu Ja da wird's schon schwierig Mit einem Keyboard Intro Mit Tempo Äh dann kommen Auf akustischer Ebene Progressiver Ebene Und er dudelt sich Einfach nur raus Watchtower Dream Theater Diese ganze Scheiße Gebt mir damit weg Kein nix mit dem Anfang Es ist einfach Ne So gut Dann kommen wir zu Stück Nummer 9 Der vorletzte Titel heißt Voodoo Queen Und ich hab es noch kurz gehofft Vielleicht macht er mir den Gefallen Aber nein Es ist kein Voodoo X Cover Ihr kennt nicht Voodoo X Kann ich verstehen Gibt glaube ich auch nur ein Album von denen Ist auch so eine Ja Hardrock Heavy Rock Band Aus den 80ern glaube ich sogar Die haben den Song Voodoo Queen Und das ist auch so ein Ohrwurm Die hatte ich mal auf irgendeinem Sampler Ich hab das Album dazu Nie gefunden Und meine Süße hat es auf LP sogar Ja Ja gut Voodoo Queen Ist aber jetzt hier in dem Fall Kein Cover Sondern eben ein eigener Song Beginnt mit einem akustischen Intro Dann geht es rein Im Mittempo Von den Liffs her Rockig Also wirklich ein Hardrock Einfluss Durch den ganzen Song Würde ich sogar sagen Auch in den Strophen Meldet sich das so Ja wir haben auch einen strophenhaften Refrain Ohne Titelnennung allerdings Deswegen bleibt es auch wieder mal Nicht im Ohr hängen Oh ja und das Solo ist Wie gehabt Technisch einwandfrei Überhaupt das ganze technische Gitarrenspiel Hier ist natürlich wieder gut Ja Aber es hinterlässt irgendwie nicht viel So und dann kommt der Rausschmeißer des Albums Der Song heißt Information War Auch dazu habe ich ein Video gefunden Komischerweise Nennt sich Kiko Shred Da aber auch nur Kiko Shred Also da steht nichts von Kiko Shreds Rebellion Sondern nur Kiko Shred Information War Gut okay ich muss dazu sagen Ich habe jetzt nicht geprüft Ob das der gleiche Song vom Sound her ist Oder ob das eine Art Demo Version ist Das könnt ihr denn ja selber hören Könnt ihr nicht Ihr habt denn das Album nicht gehört Ja gut Es gibt aber auch das ganze Album Klinker Klinker Wenn ihr einfach eingeht Kiko Shreds Rebellion Auf YouTube Von YouTube selbst hochgeladen Da könnt ihr ja im Vergleich dann ziehen So Information War Beginnt mit einem verspielteren Power Metal Riff Geht in den Up-Tempo rein In den Strophen Also ist ein schnellerer Song Der Refrain geht sogar klar Ist auch nachvollziehbar Und hat auch eine gewisse Hook Ist aber jetzt auch Nicht wirklich ein Ohrwurm Ja Der Solo Der Solo Der Solo Der Solo Das Solo Das Solo ist erst im Mid-Tempo umgesetzt Und dann wird das ganze nochmal schneller Und das Solo Gleitet rüber in die schnellere Geschwindigkeit Kann man sagen Und hält sich dann im schnelleren Tempo Ja Und dann ganz am Ende des Songs Wird nochmal so ein bisschen rumgedudelt Und damit endet dann das Das ganze Werk Also das hier Kiko Shreds Rebellion Ist Wenn ihr diese ganzen Gitarrengötter und so mögt Dann ist das durchaus interessant Wenn ihr sowas mögt Ihr könnt euch ja die beiden Songs anhören Wenn ihr die mögt Dann Ja Dann ist das schon was für euch Ich fühlte mich hier oft An eine andere Band erinnert Die ich auch hab Es gibt nur zwei Alben Von denen die hab ich auch beide Und zwar ist das die Band Treasure Land Ich weiß nicht ob die einer von euch kennt Keine Ahnung Wenn ihr so auf Mames Die Neske Musik steht Ja Und Treasure Land nicht kennt Solltet ihr da auch mal reinhören Und wenn ihr auch Kiko Shred Dieses Album hier gut findet Solltet ihr die auch mal In Treasure Land reinhören Solltet ihr die noch nicht kennen Da ist das gleiche Problem Ja Da klingt auch einiges Mir ein bisschen zu progressiv Es bleibt nicht wirklich viel Memorables im Kopf hängen Bis auf ein, zwei Songs pro Alben Ja Aber irgendwie ist es trotzdem Technisch so gut gemacht Dass es dir nicht Du trennst dich von dem Album nicht Es ist doch irgendwie Schöne Musik schon Oder so ne Aber du kannst es eher So nebenbei laufen lassen Es ist so Musik für den Hintergrund So zum Was ich nicht Zum Putzen oder so Vielleicht Keine Ahnung Ja Ich bin gespannt wie das Album sich noch Entwickelt im Laufe des Jahres Und ob da sich noch ein bisschen Ne Habe ich jetzt zum Beispiel gehabt Ich habe ja auf meinem Kanal Vor einiger Zeit Jetzt erst jüngst reviewt Das Album von On Atlas Shoulders Je öfter ich es höre Umso besser wird es Wirklich Kann ich nie anders sagen Und Deswegen Bin ich gespannt Ob das jetzt Vielleicht passiert es ja auch mit Kiko Shred Wer weiß So Ich werde es ja sehen Ne So alles klar Dann bin ich durch mit diesem Video Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen Und hoffe ich konnte euch Vielleicht einen kleinen Tipp mitgeben Auf den Weg Ihr könnt gerne in die In die Kommentare Sektion Unten reinschreiben Was dann eure Meinung Zu dem Ganzen hier ist Also zu der Zu der Band hier Und ja Dann sehen wir uns Im nächsten Video Wahrscheinlich wieder Wenn es ein nächstes Review gibt Weiß ich nicht Ob das morgen schon macht Weil morgen habe ich Radio Und da höre ich dann eh schon Drei Stunden Musik Und dann auch noch ein Album reviewen Vielleicht eher Donnerstag Ne Aber gucken wir mal Und da kommt dann Als nächstes Das kann ich dann schon vorweg spoilern Ich werde mich Definitiv Als nächstes Was Album Reviews angeht Um die neue MSG dann kümmern Ne So Ich habe auch da Lust drauf So interessiert mich jetzt auch Wie die ist dann Also gut Ich bedanke mich bei euch Fürs Zuschauen Wünsche euch viel Spaß Bei was auch immer Ihr alles das nächste schaut jetzt Und bis zum nächsten Mal Sage ich wie immer Farewell Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal